Seit den 1970er Jahren produzieren wir hier im Donautal die hochwertigsten Produkte und spezialisierten uns auf elektronische Flachbaugruppen, auch PCBAs genannt. Unser junges Team erfüllt die gestellten Aufgaben mit viel Erfahrung und zu 100%, was sich bei dieser Leiterplatte mit mehr als 1200 Bauteilen pro PCBA zeigt, bis hin zu einem Pitch bei BGA von 0,3 mm. Der Anfang ist ein Kundengespräch. Je früher wir eingebunden sind, desto besser. Dann bekommen unsere Kunden die wirtschaftlichste und kreativste Lösung. Beauftragen kann man uns als Full-Service-Partner vom E-Muster, Prototyp bis zum Serienprodukt, von kleinen, mittleren und großen Fertigungsaufträgen, als Dienstleister für Speziallösungen, als Dienstleister für die Modulmontage. Wir beraten den Kunden beim Entwurf und Layout der Platine oder bei der fertigen Flachbaugruppe auf starren, starrflexiblen und flexiblen Schaltungsträger. Nach dem Entwicklungsprozess wird die Leiterplatine zunächst als digitaler 3D-Zwilling konzipiert, was hier in der Betriebsmittelkonstruktion und im Industrial Engineering erfolgt. Ist dies abgeschlossen, geht es in die Produktion. Hier arbeiten unsere Mitarbeiter mit Leidenschaft für das Produkt, denn unser Wille ist es, unserem Kunden das Bestmögliche zu liefern. Und dabei bedarf es manchmal des berühmten Blicks über den Tellerrand. Der hilft uns auch aus unseren modernsten Maschinen, das Beste herauszuholen. Hier zum Beispiel werden Blenden mit plus minus 15 Mikrometer auf SMD-Gehäuse positioniert. Dafür war die Maschine nicht konzipiert, doch wir brachten sie dazu, dies in der erwähnten Genauigkeit und Qualität prozesssicher zu bewerkstelligen. Durch diesen innovativen Einsatz unserer Maschinen und die Kreativität und Flexibilität unserer jungen Mannschaft sind wir Technologieführer. Dies ermöglicht es uns, im weltweiten Wettbewerb gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich zu wachsen. Dabei hilft uns auch die mehrfache Qualitätssicherung. Diese beginnt beim Auftrag der Lötpaste, die ebenso mit einer automatisierten optischen 3D-Kontrolle mit einer Genauigkeit von einem Mikrometer passiert, wie die Endkontrolle der Lötkontakte. Nachgearbeitet wird mit einer 3D-Sichtkontrolle. Die Endprüfung erfolgt durch den In-Circuit-Test, entweder hier mit dem Fingertester oder einem Nadelbett-Tester. Trotz unterschiedlichster Produktreihen am Tag kommen wir auf einen First-Pass-Yield von 99,7%. Leutze Electronic Assembly – Ihr verlässlicher Partner für hochwertige Elektroniklösungen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.